Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin euer Stormy. Seit 15 Uhr ist das epische Strike-Event Konter-Übermacht-Angriff an den Stops vorzufinden, wo ihr es mit zwei Level 30 Sauriern zu tun bekommt. Welche das sind und wie ihr das Ganze mit gewöhnlichen und seltenen Sauriern mit einem niedrigeren Level als Level 15 schaffen könnt, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Live. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Konter-Übermacht-Angriff, ihr seht es schon eingeblendet, endet in 22 Stunden und 36 Minuten. Wie üblich nur einen Tag verfügbar, das heißt morgen um 14 Uhr ist das Ganze schon wieder vorbei. Ihr benötigt einen Sieg, seht ihr jetzt gerade hier nicht, ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Ihr habt auch nur einen Gratis-Versuch, das heißt jeder weitere Versuch würde In-Game-Cash kosten. Hier mal die Event-Beschreibung. Konter-Übermacht-Angriff. Bei diesem Angriffs-Ereignis musst du es mit einem Uranosaurus und Koncavenator aufnehmen. Nutze Panzerung, Schutz oder Immunität, um den starken Angriff von Uranosaurus standzuhalten. Ablenkung kann deine Tiere vor seinem übermächtigen Angriff nicht bewahren. Schnelle Angriffe oder wendige Tiere mit ausweichen können, den trägen Konter-Angriff-Spezialisten Koncavenator ausschalten. Schwierigkeitsgrad Meister, empfohlene Tierstufe 26 bis 30 und ich kann euch versprechen, ihr schafft das auch mit deutlich niedrigerem Level. Hier seht ihr mal die Gegner. Ihr seht das auch gleich noch bei meinem Versuch. Wie die letzten Male üblich, werde ich das im Nachhinein einblenden und kommentieren. Das sind eure Gegner. Uranosaurus und Koncavenator auf Level 30 und begonnen wird mit dem Uranosaurus und hier seht ihr auch mal seine Werte. Er hat auf Level 30 5.871 Leben, was eine Menge ist, 1.593 Schaden macht. Er hat dazu 114 als Geschwindigkeit, ist also nicht ganz so schnell. 0% Panzerung und eine 5%ige Grid-Chance. Er hat übermächtigen Angriff, wo er euch mit verlangsamen kann. Er hat stärkeren Betäubungsansturm, wo er zweifachen Schaden mitmacht. Das sind dann über 3.000 Schaden, wenn ihr keine Panzerung habt. Das heißt, da sind die einige saurig auf jeden Fall One-Hit. 75%ige Chance auf Betäubung und Verzögerung eine Runde. Das ist ganz wichtig, genauso wie Stoß und Flucht hat auch eine Verzögerung von einer Runde und macht 1,5-fachen Schaden. Dann haben wir hier noch den Konkabinator. Er hat auf Level 30 4.559 Leben, macht 1.277 Schaden, 106 seine Geschwindigkeit, 0% Panzerung und 5% Grid-Chance. Er hat Aufhalten, macht einfachen Schaden, setzt er aber, glaube ich, sehr spät erst ein, wenn überhaupt. Er hat Kurzverteidigung, wo er einfachen Schaden mitmacht und zwei Runden lang 50-prozentigen Schutz gewährt. Und er hat Verteidigungsbrechende Aufprall, wo er 1,5-fachen Schaden mitmachen kann und durch Schutz und Panzerung geht. Da passt also auf, Tank nicht unbedingt hier gegen den Konkabinator zu empfehlen. Eher was mit viel Leben, wenn das den Tank ausmacht. Er hat auch noch Gegenangriff mit einfachen Schaden, aber der geht ebenfalls durch Schutz und Panzerung durch. Ja, wie sollte die jetzt da rangehen? Dazu würde ich sagen, schauen wir uns mal das Strike-Event an. So, hier sind wir schon im Strike-Event. Ihr seht, ich habe Suchotator auf 14, Dimophonon auf 10, Suchomimus auf 10 und Buerosaurus auf 14 dabei. Diese auch ausreichen, wenn der Gegner nicht kritet. Dabei hat er nur 5% Chance und von daher passt das. Hier, Gegner beginnt mit Uranus aus. Wir beginnen mit dem Suchotator, der auf Level 14 einiges aushält. Tödliche Wunde führt dazu, dass der Gegner drei Runden lang 33% Schaden bekommt. Der Gegner verlangsamt uns, stört uns relativ wenig, denn wir wollen den Suchotator später nochmal verwenden und wechseln dann auf einen Blutungsschadensaurier eurer Wahl ein, der eben diese 25% Schaden über Zeit als Swap-In-Fähigkeit hat. Zum Beispiel Dimophonon oder Suchomimus. Wir haben in dem Fall den Dimophonon genommen. Der ist auch im One-Hit-Bereich. Und ihr seht, Blutungsschaden über Zeit als Swap-In-Fähigkeit kommt. Gegner setzt seinen stärkeren Betäubungsanstürmer in 3000 Schaden. Das hält fast kein Saurier aus. Aber der Gegner bekommt 3405 gesteckten Blutungsschaden und ist damit schon down. Also, weiter ging es. Ich wusste, der Gegner hat Conquer Venator dabei. Wir spielen wieder unseren Suchotator, der genügend Schaden macht. Ich war jetzt hier am Überlegen, meinen anderen Blutungsschaden-Saurier zu spielen, aber das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, denn der hätte nicht so viel Blutungsschaden machen können über Zeit. Hier wieder 33% Chance. Gegner hat 4559 Leben. Wir spielen den Blutungsschaden, die tödliche Wunde. Und ihr seht, er bekommt ein Drittel Schaden und ein bisschen mehr Schaden haben wir ihm auch noch gemacht durch unseren normalen Angriff. Wir sterben. Er spielt die Kurzverteidigung. Und ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bei mir hat er in dem Fall kein Aufhalten gespielt. Aber der Saurier geht down. Der Gegner hat noch seinen Blutungsschaden drauf. Und jetzt könnt ihr eigentlich irgendeinen Tank spielen, der den Gegner einfach überlebt. Ich habe gedacht, du versuchst es mit Wuerus aus, denn der kann jetzt seinen stärkeren Angriff 90% Schadensreduktion wirken. Das macht er jetzt auch. Der Gegner macht nur 10% Schaden. Und das sind eben bei dem 1,5-fachen Verteidigungsbrechen Aufbau nur 192 Schaden. Und die können wir gerne nehmen. Und ihr seht, jetzt hat der Gegner nur 994 Leben. Okay, der Gegner macht jetzt sicherlich, weil ich ja angreife, auch Gegenangriffsschaden. Den macht er jetzt als erstes. Der geht natürlich durch unsere Panzerung durch. 1.277 Schaden. Aber aufhaltend, das bleibt an unserem Panzer hängen. Wir überleben mit 182 HP und haben somit das Strike-Event mit gewöhnlichen und seltenen Sauriern kleiner Level 14 geschafft. Es gibt natürlich auch einen epischen Brutkasten als Belohnung. Das ist ein normaler epischer Brutkasten. Ihr seht ihn parallel eingeblendet mit den üblichen Werten für Level 20. Und wir schauen uns jetzt noch an, was ich so bekommen habe. Es ist kein Themenbrutkasten. Das heißt, hier kann alles drin sein. So, wir öffnen ihn. Es gibt wieder die 15.000 Coins. Dann ein bisschen was von Allosaurus. Dann haben wir hier Triceratops Generation 2. Tyrannosaurus Generation 2 Delta. Und bei den epischen Kentrosaurus. 380 DNA, holy shit. Und von Sinoceratops noch 17. Ich weiß nicht, was das ist. Kentrosaurus, ihr habt es gesehen, wie viel DNA ich mittlerweile davon habe. Irgendwie verfolgt er mich in letzter Zeit doch immer wieder, dass ich ihn bekomme. Aber soll ich mich nicht drüber beschweren. Dann kann ich wenigstens bald den Triceratops angehen. Ja, also dieses Strike-Event ist nicht so schwer. Ihr habt es jetzt gesehen, wie man es spielen sollte. So, Rotator ist hier wieder das A und O. Level 14. Er kann auch ein bisschen niedriger sein vom Level. Ihr seht, ihr seid schneller als der Gegner. Ich hatte 900 Leben übrig. Das heißt, da geht sicherlich Level 10. Könnte schon reichen. Und wenn ihr dann eben unseren Swap-In-Dino spielt, die Moforum darf Level 1 sein. Das Allerwichtigste ist aber, dass ihr am Schluss einen Tank dabei habt, der eben diesen Schaden vom Gegner aushält. Optimal mit einem Saurier, der eben auch Ablenkung spielen kann. Oder wegen mir so viel Schutz und Panzerung hat. Aber passt da auf, der Gegner geht mit dem Gegenangriff durch Schutz durch. Deswegen vielleicht auch sowas wie Apatosaurus, was eben diese zwei Runden aushält. Aber das ist schon ordentlich viel. Das wären 1900 plus den Gegenangriff. Also ich würde es wirklich bei dem letzten Saurier dann mit Ablenkung, mit sofortiger Ablenkung versuchen. Sprich, sowas eben wie Oerosaurus. Und dann habt ihr da eigentlich gute Chancen, dass ihr das Ganze schaffen könnt. Wenn ihr es natürlich vorher schafft, mit dem Swap-In-Saurier zu überleben, oder euer Suchotator so ein krasses Level ist, dass er dann noch was aushält, wobei 3000, der hat ja nicht so viel gekriegt, dann könnt ihr das auch ein bisschen anders spielen. Dann habt ihr ja am Ende noch einen Saurier übrig und könnt einfach nochmal einen hohen Schaden gegen den letzten Saurier spielen. Das würde theoretisch auch gehen. Aber bedenkt da, der Gegner hat Gegenangriff und macht 1900 normalen Schaden, der auch durch Schutz durchgeht. Also sind da viele Saurier da und ich habe es mit der Ablenkung probiert. Für alle, die dies noch interessiert, am Anfang spielt ja der Uranosaurus seine Verlangsamung, spielt dann den Betäubungsansturm. In der nächsten Runde würde er seinen Swap-Out spielen. Also als drittes spielt der Swap-Out und wechselt auf den Konkavinator ein. Sprich, spielt ihr da nicht so viel Schaden über Zeit, dass er in diesen zwei Runden down geht, wechselt er sich aus und der Blutungsschaden ist weg und ihr habt Konkavinator an der Backe. Deswegen passt da auf. Könnte Komplikationen geben, aber ihr habt es jetzt gesehen, wie ihr es am besten schaffen könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Dann verpasst ihr keine Neuigkeiten mehr zu dem Spiel und seid immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.